Hier die aktuelle Wettervorhersage für Europa. Zunächst die Bewegungen von Hochdruck- und Tiefdruckgebieten am heutigen Tag. Das sind die Wetteraussichten für Europa mit Temperaturangaben, Sonne, Wolken und Niederschlägen. Untertitelung des ZDF, 2020 So wird das Wetter in Europa morgen. Und hier die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Untertitelung des ZDF, 2020